Man traut seinen Augen nicht. Na, ich wette, du warst mindestens zwei Jahre nicht zu Hause. Bist gut unterrichtet. Ich hab die letzten zwei Jahre aus der Blechschüssel gefressen und auf den Zelleneimer geschissen. Und warum haben sie dich nicht? Eine gute Frage. Eigentlich bin ich nur deshalb ins Gefängnis gekommen, weil der Richter es so angeordnet hat. Zwei rote Lippen und ein roter Terranor. Das ist das Schönste in Barcelona. Da trinkt und küsst man unter blühenden Kastanen. Sie werden den Prozess wieder aufnehmen müssen. Ich werde dafür sorgen, dass sie den Prozess wieder aufnehmen. Und du bist glücklich mit deiner Donner. Wenn ein Mädelchen dich küsst in Barcelona. Es reicht. Auch werden wir das zu sehen. Es reicht. Was heißt eigentlich zurzeit keine Arbeit? Ich hab zwei Jahre gesessen. Ich kann mich nicht erinnern. Sie haben mich verurteilt. Vor anderthalb Jahren. Wir können Ihnen helfen. Wir können Ihnen aber auch hinderlich sein. Wir melden uns wieder. Willst du damit sagen, du weißt nicht, was du machen wirst? Du hattest anderthalb Jahre Zeit, darüber nachzudenken. Nur über diese eine Frage. Ja, ich hab darüber nachgedacht. Ich weiß es trotzdem nicht. Mal den Teufel nicht an die Wand. Apropos Teufel, wer ist denn die Kleine? Hm? Wer ist denn die Kleine, oder? Die Tochter des Chefs. Das Einzige, was sie wirklich kann, ist... Hast du Interesse? Elke... Lass mir Zeit. Kannst du nicht einfach vergessen. Du brauchst doch bloß einfach... Nein, kann ich nicht! Ich kann's nicht und ich will's auch nicht. Bastard. Ich kann's nicht und ich will's auch nicht und ich will's auch nicht. Ich kann's nicht und ich will's auch nicht und ich will's auch nicht... Wie scheint die Neue? Vielen Dank.